Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video. Heute zeige ich euch meine Top 10 Anfängertipps, wo ich sage, das könnte sehr hilfreich sein für Leute, die gerade zum ersten Mal Elden Ring spielen, zum ersten Mal überhaupt ein Souls Game spielen. Und ich würde jedem, der Elden Ring schon durch hat, jedem Souls Veteranen jetzt entweder schon mal raten wegzuschalten oder ein anderes Video von mir anzumachen, weil das sind wirklich die allergrößten Basics, wirklich nur für Leute, die noch nie ein Souls Game gespielt haben, gerade mit Elden Ring angefangen haben. Teilweise sind hier auch Tipps dabei, die für andere Souls Games, für Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne oder Demon's Souls gelten. Und ich würde sagen, den ersten Tipp, machen wir jetzt sofort, der erste Tipp ist die Klasse. Wenn ihr ein neues Spiel startet bei Elden Ring, werdet ihr sofort gefragt, ohne irgendwelche Erläuterung oder sonst irgendwas, ohne Vorwort, welche Klasse ihr denn nehmen sollt. Und da gibt es zwei, drei Kleinigkeiten, die wichtig sind zu wissen. In einem Souls Game ist es so, dass es vollkommen egal ist, welche Klasse ihr am Anfang nehmt. Ihr könnt im Laufe des Spiels sagen, ich will jetzt Magie einsetzen, ich will jetzt Feuer einsetzen, ich will jetzt Blitz einsetzen, ich will ganz stark sein, ich will ganz schnell angreifen. Das könnt ihr im Game mit jeder Klasse, jederzeit so umändern, wie ihr das gerne möchtet. Und was ihr hier am Anfang nehmt, ist also theoretisch erstmal egal. Was ihr machen könnt, ihr könnt euch die Attribute anzeigen lassen. Denn in Souls Games gibt es immer so 7, 8, 9, 10 Attribute, die bestimmen, wie stark ihr seid, wie viel ihr aushaltet, wie viel Leben ihr habt und so weiter. Und für jeden Anfänger würde ich raten, den Samurai zu nehmen. Da werden jetzt viele in den Kommentaren vielleicht ausrasten und sagen, aber das und das ist die beste Klasse, so und so ist am besten. Leute, das ist mein Tipp an die Leute, die das Video schauen. Samurai hat gute ausgeglichene Kraft, gute ausgeglichene Konditionen, hat ein gutes Schwert, was Blutungsscham macht, was das ist, erzähle ich noch später. Und wenn ihr von mir eine Empfehlung haben wollt, was ihr am Anfang nehmen solltet, als Souls Anfänger würde ich auf jeden Fall zum Samurai raten. Kommen wir zum zweiten Tipp und der zweite Tipp sind die Gnaden. Also, ihr habt ein neues Spiel gestartet, habt vielleicht den Samurai genommen oder irgendeine andere Klasse und kommt raus und werdet erstmal erschlagen von dieser wunderschönen, großen, offenen Open World und wisst erstmal gar nicht, was soll ich jetzt tun. Da unten läuft einer auf einem Pferd rum, der aussieht wie der Ultra-Endboss, was er auch am Anfang ist, lasst den bloß in Ruhe. So, dann seht ihr da eine Kirche, da oben eine riesen Burg, wo ihr hinwollt, wie ihr das herausfindet, sage ich euch gleich. Und eine riesige Brücke, einen riesigen goldenen Baum, also man versteht erstmal überhaupt gar nicht die Welt und da vorne steht ein kleiner Mann und irgendwie was Gelbes. Und das erste, was jeder instinktiv macht, ist natürlich erstmal rausgehen und dieses gelbe Ding hier einmal berühren. Und dieses gelbe Ding ist die Gnade, die bewirkt folgendes. Ihr werdet komplett geheilt, eure Estus, eure Flaschen mit Purpur-Trämen, die ihr unten habt im Menü, werden aufgefüllt und alle Gegner, bis auf Boss-Gegner, werden wiederbelebt. Und das zweite Besondere an der Gnade ist, die zeigt euch mit so einem coolen Strahl, wo ihr als nächstes hin müsst. Also niemand wird euch sagen, ihr müsst jetzt da und da hin, teilweise schon in Gesprächen, aber wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr weiter hin sollt, schaut einfach, wo die Gnade hin zeigt. Dann wisst ihr, okay, da gehe ich als nächstes hin. Und alles andere, was ihr hier so drumherum erforscht, ist alles erstmal Add-on. Hauptstory, wenn ihr nicht wisst, wie ihr in der Hauptstory weiterkommt, guckt, wo die Gnade hin zeigt und dann wisst ihr, wo ihr hin müsst. Und da komme ich auch schon direkt zum nächsten Tipp und das ist die Karte. Bei der Karte, meine Karte von meinem neuen Spiel sieht gerade so aus. Und was ihr jetzt hier mit der ersten Gnade seht, ist einmal dieser Strahl, der euch sagt, wo ihr hin sollt. Und wie ihr seht, der Strahl führt direkt zur nächsten Gnade und direkt in diese Kirche. Und Leute, ich sage euch eins, lernt Karten zu lesen, weil wenn ihr die Karte lesen könnt, dann hilft euch das extrem weiter. Ihr seht, alles, was hier besonders auf der Karte aussieht, ist auch besonders und ein besonderer Punkt. Hier im Anfangsgebiet zum Beispiel einmal, was ist das hier? Irgendwie so ein roter Kreis, was könnte das sein? Das könnte eine Hürde sein. Was ist das hier? Wieder irgendwie so ein komischer Kreis, was könnte das sein? Ein Siegelgefängnis. Also ihr seht, alles, was hier auf der Karte, was hier besonders aussieht, könnt ihr erforschen. Da könnt ihr hin und ihr habt hier Wege. Also die Karte ist essentiell dafür, dass ihr das Spiel meistert und mit dem Spiel als Anfänger zurechtkommt. Deswegen auf jeden Fall Karte lesen lernen. Und Karte ist auch direkt mein nächster Tipp. Und zwar, wie bekommt ihr denn überhaupt die Karte? Wie ihr seht, ein paar Sachen sind noch verdeckt und ein paar Sachen sind schon offen. Und da gibt es einen ganz kleinen Tipp. Und zwar seht ihr auf der Karte immer diese kleinen Statuen. Und an der Statue findet ihr immer das nächste Puzzlestück, um den Bereich aufzumachen. Das ist quasi wie hohe Türme bei Zelda Breath of the Wild oder hohe Türme bei Assassin's Creed. Hier findet ihr immer die Karte, damit eure Karte hier weiter aufgemacht wird. Und für den nächsten Tipp würde ich sagen, bleiben wir auch direkt bei der Karte, weil es wird ein Zeitpunkt im Spiel kommen, wo ihr zum Roundtable müsst. Tafel der Gnade. Und da gibt es einen ganz kleinen Shortcard. Sagen wir mal, ihr seid hier oben, dann müsst ihr jedes Mal wieder hier runter, damit ihr zur Tafel der Gnade kommt. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ja? Ihr macht die Karte auf. Ihr drückt Dreieck. Ihr drückt Viereck. Wird auch unten erklärt übrigens. Viereck zur Tafelrunde festgegeben. Viereck X. Dann kommt ihr direkt zur Tafelrunde. Das spart euch extrem viel Zeit später und ist ein sehr guter Tipp für den Verlauf des Spiels. Und jetzt gibt es den ersten Tipp von mir bezüglich mal irgendwelchen Gegnern und dem Spiel an sich. Das war alles Tipp so für den Anfang, so Overview mäßig. Und jetzt gibt es den ersten Tipp, was mit Gegnern zu tun hat. Ihr werdet irgendwann ein Pferd haben hier. Wo, verrate ich euch nicht. Ihr wollt ja auch hier jetzt nicht gespoilert werden. Und das kriegt ihr aber relativ am Anfang. Folgt einfach den Gnaden, dann kriegt ihr das Pferd. Und was ich euch zeigen will, ist eine Kleinigkeit. Und zwar sind überall auf der Open World Gegner. Und diese Gegner laufen überall die ganze Zeit rum. So, jetzt hat er mich gesehen. Er greift mich an. Und ich habe bei den meisten gesehen, die greifen den an und besiegen den. Und irgendwann habt ihr ganz viele Gegner am Arsch und ihr müsst die ganze Zeit besiegen. Das müsst ihr gar nicht. Ja, lauft einfach von ihm weg. Der kann nix. Lauft einfach weg. Lauft einfach weiter. Ihr müsst nicht jeden Gegner, den ihr seht, so wie den zum Beispiel, besiegen. Da ist ein Item, schnappt euch das Item, lauft weiter. Ihr müsst auf gar keinen Fall in Souls Game jedes Mal jeden Gegner besiegen. Wie ich gerade gesagt habe, wenn ihr an der Gnade rastet, kommen alle Gegner wieder. Und ihr wollt nicht jedes Mal, wenn ihr sterbt, weil wenn ihr sterbt, werdet ihr zu einer Gnade zurück teleportiert, wollt ihr nicht jedes Mal gegen alle Gegner wieder kämpfen. Und deswegen mein Tipp, einfach von den Gegnern weglaufen. Das ist sehr effektiv. Einen zweiten Tipp, den es da gibt, wenn ihr in ganz vielen Gegnern seid und ihr kommt nicht mehr weg in irgendeinem Dungeon oder so. Ja, hier sind ganz viele Gegner, die greifen euch an und ihr wisst jetzt nicht, was soll ich tun, was soll ich tun. Ich komme hier nicht mehr weg, ich sterbe gleich. Da gibt es noch einen ganz kleinen Trick. Ihr geht einfach auf Spiel beenden. Einfach Spiel beenden, das geht immer außer ihr seid im Multiplayer. Dann geht ihr wieder ins Spiel rein. Und wenn ihr wieder im Spiel drin seid, dann sind die ganzen Gegner wieder auf ihrer Standardposition und die Aggro ist weg. Ihr seht, keiner verfolgt mich, allen geht es gut und dann könnt ihr weiterlaufen. Das ist speziell in engen Dungeons, wenn ihr von vielen Gegnern verfolgt werdet, sehr, sehr hilfreich. Und das machen auch viele Leute, die Speedruns machen. Deswegen ein sehr, sehr guter Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben kann. Jetzt sitze ich hier gerade an der Gnade und hier steht Zeit vertreiben. Wieso gibt es denn hier auf einmal in Elden Ring verschiedene Tageszeiten? Das gab es ja in anderen Souls Games nicht. Vielleicht bei Sekiro. Sekiro habe ich nie gespielt, das weiß ich nicht. Aber was ich euch sagen kann, es gibt hier bis zum Nachteinbruch, weil es gibt verschiedene Gegner, die nur bei Nacht erscheinen. Und da will ich euch mal einen zeigen, der auch relativ wichtig ist für euch später, den ihr auch besiegen könnt, um gute Items zu bekommen. Und das ist nämlich die Dunkelkavallerie. Und eine Dunkelkavallerie ist entweder hier oder hier auf der Brücke. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich schaue mal gerade nach und dann sage ich es euch gleich. Also es war tatsächlich diese Brücke hier. Das ist nur ein Beispiel. Und wenn ihr jetzt diese Gegner farmen wollt oder besiegen wollt für deren Drop oder allgemein diesen Gegner mal bekämpfen wollt oder euch davor schützen wollt, dass ihr nicht auf diese Gegner trefft, halt nicht oder halt auf Nacht einstellen. Und den Gegner, den ich meine, den seht ihr gleich. Das ist nämlich ein Dunkelkavallerist. Da vorne seht ihr ihn schon auf einem schwarzen Pferd. Der ist extrem stark, vor allen Dingen am Anfang des Spiels. Und ich kann euch mal gerade zeigen, ich bin echt schwach, wie wenig Schaden ich mache. Also ich habe dem bisher mal gar nichts abgezogen. Ja, das wäre so ein Gegner. Da würde ich euch raten, lasst den einfach in Ruhe. Und ja, ihr seht, jetzt können wir wieder mal einen Trick machen. Spiel beenden, dann ist die Agro wieder weg. Und dann können wir schon zum nächsten Tipp übergehen. Und zwar Questlines und NPCs. Ihr seht schon, da unten spricht jemand. Und hier gerade sieht man keinen. Aber, das ist jetzt ein ganz kleiner Spoiler. Ich glaube aber, der ist nicht ganz so schlimm. Ich kann euch sagen, jeder Charakter, mit dem ihr sprechen könnt, ist eine Questline zu 99%. Abgesehen von den Händlern, die ihr über der Open World verteilt trefft. Jeder Charakter, auch im Roundtable, mit dem ihr sprechen könnt, hat seine eigene Questline. Und wie die Questlines und alles funktioniert, und wo ihr die wieder trefft, und alles mögliche, das wäre jetzt ein großer Spoiler. Und das ist auch bei jedem individuell. Aber was ich euch sagen kann, wenn ihr jetzt mit dem hier sprecht, dann erzählt er euch ein bisschen was. Aber er wird euch niemals sagen, wo trefft ihr mich als nächstes. Er wird euch so Hinweise geben, wo ihr ihn als nächstes trefft. Aber ihr kriegt kein, wie in anderen Spielen zum Beispiel, ein Questmarker auf der Karte, das hier dann ein Punkt ist. Ich mache hier mal eine Markierung. Dass hier zum Beispiel dann eine Markierung ist, und sagt, hier musst du als nächstes hin, und hier triffst du den. Das wird in Souls Games nie passieren. Und ja, was ich euch sagen kann, jeder NPC, mit dem ihr reden könnt, auch im Roundtable, hat seine eigene Questline. Also, der hat seine eigene Questline, der hat seine eigene Questline. Ruggi ist noch nicht da. Hier, Rodrigo hat ihre eigene Questline. Also, das klingt jetzt sehr erschlagend, und es ist es auch teilweise für neue Spieler, aber jeder NPC hat seine eigene Questline. Und wer ein bisschen mehr über die Questlines wissen will, der scrollt mal ein bisschen durch meine Videos. Die wichtigsten Questlines habe ich schon hochgeladen. Und Questline ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn das bringt mich zu meinem nächsten Tipp, und das sind Aschen. Aschen ist etwas, das euch im Spiel vieles einfacher macht. Asche der einsame Wölfe zum Beispiel, oder Asche des Schimmersteinzauber, da gibt es ganz viele verschiedene. Wer mehr darüber wissen will, auch gerne mal durch meine Videos klicken, da habe ich ein paar vorgestellt, die ich meiner Meinung nach am besten finde. Und damit ihr die Aschen einsetzen könnt, müsst ihr, wenn ihr das erste Mal in der Kirche von Elle seid, mit Rani sprechen. Die wird hier auf diesem Felsvorsprung sitzen und euch eine Glocke geben. Die geisterrufende Glocke. Und die geisterrufende Glocke könnt ihr immer einsetzen, wenn dieses Zeichen da oben aufleuchtet. Diese kleine, weiß ich nicht was es ist, so ein Grabstein oder so mit einer kleinen Schrift drauf. Sobald das aufleuchtet, könnt ihr Geister rufen. Ich zeige euch das mal gerade, wie das aussieht. Ja, ihr kriegt solche, dann kommen solche Geister und die helfen euch dann im Kampf. Und das ist extrem hilfreich bei Bosskämpfen. Bei Bosskämpfen könnt ihr zu 99% immer Geister rufen. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was sie machen. Die greifen dann halt mit euch die Gegner an. Und das hilft euch extrem, vor allen Dingen bei den ersten Bossgegnern. Und glaubt mir, wenn ihr so wie ich kein extrem guter Soulsgame-Spieler seid, dann helfen die euch extrem durchs Spiel weiter. Und dann würde ich sagen, war es das für das Video. Sagt gerne mal in den Kommentaren, ob ihr noch absolute Anfängertipps habt, die extrem wichtig sind, wenn man das Spiel zum ersten Mal startet. Und auch gerne fortgeschrittenen Tipps, die ich aufnehme für mein nächstes Video, wenn ich die Top 5 oder Top 10 fortgeschrittenen Tipps euch zeige. Und gerne den Kanal abonnieren, das würde mich extrem freuen. Und das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!